also von einer dual Kampf steht an diesmal hat mein Clan-Mate um mir eine Anfrage gesendet um ich bin echt mal gespannt wie um wir diesmal abschneiden werden ich hoffe doch gut Autoscheiß nice so ja das schwere ist halt dass es halt zwei sind hier macht die da weg kann er konnte die jetzt eigentlich nach oben werfen die bombe kann er nicht okay das wäre dumm gewesen gut dass ich nicht setzen konnte jetzt macht einen auf diesen ne auch nein alter war gar nicht knapp oder so krass so als ob das muskettier das jetzt durch schafft ja klar das muskettier ja das schafft auch nicht durch klinge ich auch nicht mit falsch so so So. Nice, aber wir haben gewonnen. Ich war gerade voll darauf konzentriert. Holy shit. Nice. Nochmal direkt mit Clan. Ich spiele gerne mit Clan-Mitgliedern. So. Ach, ja. So. So. So, in der Zeit lade ich einfach Neues auf, ja. So. So, nice. Wow, krass. Hm, jetzt haben wir ein Problem. Ich hätte ihn hier draufsetzen sollen, jetzt kriegen wir es voll ab. Ja, kriegen wir voll ab jetzt. Scheiße. Das war natürlich jetzt doof von mir gemacht. Das war echt doof, jetzt von mir gemacht. Wie halt stehen bleibt, wenn er getroffen würde, my holy shit. Nein, 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 oder? Ne, die werden uns, denke ich, mal machen. Sieht gar nicht gut für uns nämlich aus. Mist. 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 ja das wird ja was aber hat leider nicht gereicht hat leider leider nicht gereicht ja die gletschroyal folgen sind jetzt immer nicht so lang ich denke dass euch die trotzdem gefallen hat wenn nicht schreibt sie in die kommentare und ansonsten tipps und alles generell in die kommentare ich würde mich freuen wenn ihr den channel abonniert der folge einen daumen nach oben gibt und wir sehen uns dann auf jeden fall im nächsten gletschroyal video bis dahin und ciao